Technischer Fachwirt, welche Inhalte werden da vermittelt? Wie ist der Ablauf? Ist diese Weiterbildung überhaupt sinnvoll und die richtige für mich? Das alles werden wir uns hier in diesem Video jetzt anschauen. Herzlich Willkommen! Patrick Grabowski hier und in diesem Video werden wir genau diese Fragen beantworten. Und wir legen gleich mal los, ja. Und wir sehen hier praktisch den deutschen Qualifikationsrahmen. Und der deutsche Qualifikationsrahmen ist einfach so, dass wir verschiedene Stufen haben. Und der technische Fachwirt, der befindet sich auf der Niveaustufe 6 und ist praktisch gleichgestellt mit einem Bachelorstudiengang, ja. Jetzt denkt man vielleicht im ersten Moment, wow, okay, vergleichbar mit einem Bachelorstudiengang, das ist bestimmt richtig schwierig, ich traue mir das gar nicht zu, ja. Da möchte ich Sie einfach mal beruhigen, weil dieser technische Fachwirt, ja, er ist anspruchsvoll, aber Sie brauchen keine Angst haben, weil diese Weiterbildung haben schon sehr viele vorhin auch geschafft, ebenso wie ganz viele auch im Bachelorstudiengang geschafft haben, ja. Also, was Sie wirklich mitnehmen sollten mit der richtigen Vorgehensweise und mit der richtigen Zielsetzung und mit dem richtigen Konzept, da kann Sie nichts aufhalten, wenn Sie sagen, Sie wollen wirklich Fachwirt werden, technischer Fachwirt vor allem, ja. Wie genau man Sie da am besten begleiten kann, das kann man auch individuell in einem Beratungsgespräch herausfinden, darum soll es jetzt aber nicht gehen, aber einfach nur als kurzen Anschnitt, der Fachwirt befindet sich auf dem Bachelorniveau und es lohnt sich auf jeden Fall, es ist anspruchsvoll, aber es ist nicht schwierig und es ist nicht unmöglich und wie es am besten für Sie möglich ist zu realisieren, kann man in einem Beratungsgespräch herausfinden, dazu einfach auf patrickrabowski.de gehen und für ein Beratungsgespräch eintragen. Schauen wir uns jetzt aber einfach mal den Ablauf an, wie diese Weiterbildung zum technischen Fachwirt konkret ablaufen wird. Man kann sich das so vorstellen, diese Weiterbildung besteht aus drei Teilen, einmal aus dem ersten Teil, das ist der Wirtschaftsteil, dann aus dem zweiten Teil, das ist der Technikteil und der dritte Teil, das ist ein handlungsspezifischer Teil. Und man kann zuerst praktisch den Teil 1 und den Teil 2 schreiben, also entweder oder man kann sagen, ich schreibe zuerst den wirtschaftsbezogenen Teil oder erst den Technikteil, ja, das bleibt einem frei. Beim dritten Teil jedoch, also bei den handlungsspezifischen Teil, da muss man erst den ersten Teil und den zweiten Teil dran teilgenommen haben. Also man muss wirklich den ersten und den zweiten Teil geschrieben haben, sodass man für den dritten Teil dann auch zugelassen ist. Ja, ob man jetzt zuerst den Technikteil, dann den Wirtschaftsteil schreibt, das ist egal, aber man muss praktisch beide Teile geschrieben haben, um für den dritten Teil die handlungsspezifische Prüfung zugelassen zu sein. Und über welchen Zeitraum kann man diese Weiterbildung machen, das hängt ganz davon ab, von welchem Bildungsträger man die Weiterbildung macht und es hängt natürlich auch ab von ihrer individuellen Situation, was ihnen wichtig ist, ob sie sie schnell machen wollen oder langsam, ja. Letzten Endes kann man prinzipiell sagen, jede von diesen drei Prüfungsteilen kann man zweimal im Jahr schreiben, nämlich im Frühjahr und im Herbst. Zwischen den einzelnen Prüfungsteilen sind immer mehrere Wochen Abstand. Zwischen dem ersten und dem zweiten Teil liegen grundsätzlich so circa zwei Wochen. Hier zwischen dem zweiten und dem dritten Teil liegen sechs Wochen Abstand. Also man kann praktisch dementsprechend alle drei Teile auf einmal ablegen, das heißt man benötigt so circa ein halbes Jahr oder man kann sich ein Jahr Zeit lassen, das heißt man splittet vielleicht hier am Anfang was, dass man erst den ersten Teil schreibt und dann in dem nächsten halben Jahr, dass man beide Teile schreibt, also den zweiten und den dritten Teil, ja. Man kann aber auch sagen, man schreibt jedes halbe Jahr ein Teil, dann braucht man eineinhalb Jahre. Letzten Endes denken viele, wow, ich arbeite ja nebenher, ich mache sowas nebenberuflich, ich traue mir das gar nicht zu. Das haben viele diesen Ansatz, da möchte ich sie einfach mal darauf hinweisen, nur weil sie etwas länger machen, heißt es nicht automatisch, dass es a, einfacher ist und dass sie sich da leichter tun, weil was wirklich ein weit verbreiteter Aberglaube ist, nur weil es länger ist, ist es nicht einfacher, das denkt man meistens, aber das muss nicht so sein, es kommt wirklich darauf an, was ist ihre individuelle Situation, wie wird der Unterricht Ihnen vermittelt, welche Lernmethoden setzen Sie ein und was sind Ihre Ziele, ja. Ich sage mal, wenn Sie jetzt frisch von der Ausbildung kommen, dann macht es definitiv Sinn, alle Prüfungen auf einmal anzugehen, wenn es die Situation erfordert, weil, sind wir mal ehrlich, wenn Sie eineinhalb Jahre oder zwei Jahre eine Weiterbildung machen und Sie gehen da dreimal irgendwo in der Schule hin, dann kann es sein, dass Sie da sich mehr und weniger hinschleppen nach den nächsten ersten paar Monaten und dass Sie dann da hocken, aber relativ wenig mitnehmen, weil Sie einfach mit dem Kopf ganz woanders sind oder was anderes machen, dann macht es vielleicht auch Sinn, dann zu sagen, hey, Augen zu und durch, halbes Jahr und dann bin ich fertig. Dann hat man auch ein Ziel im Blick, ein Ziel anvisiert und dann kann man da wirklich darauf hinarbeiten und dann ist es sozusagen Augen zu und durch, ja, weil man selber auch seine Erfolgserlebnisse sieht. Wenn man jetzt aber natürlich in einer Situation ist, wo man sagt, hey, ich bin berufstätig, ich habe Verantwortung für eine Familie, ich war schon längere Zeit nicht mehr in der Schule, dann macht es vielleicht Sinn, hier einen anderen Schlachtplan für die Weiterbildung, sage ich mal, anzugehen. Was konkret das Beste für Sie ist, muss man in einem Beratungsgespräch herausfinden, da beraten wir Sie ganz gerne, wenn man da natürlich auch auf patrickkrabowski.de geht, das können wir herausfinden. Lang ist nicht immer gut, die Weiterbildung. Ja, also was sinnvoll ist, kann man dann gerne auch in einem persönlichen Gespräch beratend und unterstützend zur Seite, können wir da stehen, sodass Sie da auch für sich, für Sie die beste Entscheidung treffen. Schauen wir uns noch an, welche Prüfungsfächer es denn eigentlich beim technischen Fachwirt gibt, ja. Also wir haben uns den ersten Teil schon angeguckt, das ist die wirtschaftsbezogene Qualifikation, die besteht aus vier schriftlichen Prüfungen, nämlich aus Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, aus Rechnungswesen, aus Unternehmensführung und aus Recht und Steuer. Und Sie sehen schon hier, wir haben wichtige BWL-Inhalte drinne und wichtige wirtschaftliche Inhalte. Und bei der technischen Qualifikation, da ist es so, wir haben naturwissenschaftliche und technische Grundlagen, wir haben technische Kommunikation und Werkstoffkunde und wir haben Fertigung und Betriebstechnik. Und dann haben wir noch im dritten Teil die handlungsspezifische Qualifikation, das ist eine schriftliche Prüfung, ja, die besteht aus Materialplanung und Absatzwirtschaft, aus Führen und Zusammenarbeit, aus Produktionsplanung und Steuerung und aus Qualitäts- und Umweltmanagement. Das alles ist praktisch eine Prüfung bei der handlungsspezifischen Qualifikation und dann gibt es zum Schluss noch ein Fachgespräch. Und wenn man das jetzt mal gesamtheitlich betrachtet, sehen wir, es ist eine ausgewogene Verteilung zwischen betriebswirtschaftlichen Inhalten und technischen Inhalten. Dementsprechend ist es so mehr oder weniger 50-50 und das ist sehr, sehr gut, weil wenn Sie jetzt meistens eine technische Ausbildung haben, dann haben Sie von den BWL-Inhalten noch gar nicht so viel gehört. Und wirklich, wenn Sie beruflich vorankommen wollen, Sie wollen andere Stellen besetzen, Sie wollen aus dem Technischen raus, Sie wollen Schnittstellenfunktionen besetzen, vielleicht auch leitender Angestellter werden, da braucht man einfach die BWL-Inhalte und die werden hier halt sehr gründlich auch vermittelt. Deshalb ist hier der Fokus auch ganz gut, wenn man hier diese kaufmännischen und wirtschaftlichen Inhalte einfach lernt. Genau, schauen wir uns mal noch die einzelnen Fächer an, was denn da die Inhalte sind. Also bei der Volks- und Betriebswirtschaftslehre, da geht es halt um die reine BWL und um die VWL, um Preisansätze, wie funktioniert der Staat, wie funktioniert das Wirtschaftssystem, wie bildet sich ein Preis, aber auch die ganze Lehre innerhalb von dem Betrieb, welche Funktionen gibt es, wie arbeiten die zusammen, was ist da wichtig. Beim Rechnungswesen geht es natürlich darum, auch kalkulieren zu können, wie kommen die Kosten zustande, wie kann man ein Produkt kalkulieren, welche Ansätze gibt es da. Bei der Unternehmensführung, da geht es wirklich auch darum, um ein Unternehmen zu führen, also Inhalte von leitenden Angestellten, was ist da wichtig, welche Planungsprinzipien gibt es da, wie kann man zusammenarbeiten im Team, ja, und bei Recht und Steuer, da geht es halt auch wirklich darum, um rechtliche und steuerliche Inhalte, ja, also welche Rechtsgrundlagen gibt es, welche Gesetze muss man beachten, gerade bei einem Kaufvertrag, zum Beispiel bei einem Werkvertrag, wann ist das gültig, was sind da die Unterschiede, also es sind schon sehr breite Inhalte, die aber auch sehr wichtig sind. Bei der technischen Qualifikation, da geht es um naturwissenschaftliche und technische Grundlagen, also damit sollte man rechnen können, das ist ein bisschen Mathe und Physik anwenden, ja. Dann gibt es bei der technischen Kommunikation und Werkstoffkunde, da geht es wirklich darum, technische Zeichnungen verstehen und lesen zu können und bemaßen zu können und bei der Werkstoffkunde geht es halt um die verschiedenen Werkstoffe zu erkennen, die Prüfverfahren zu kennen, das Eisen-Kohlenstoff zu kennen, wie setzt sich das zusammen, welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Werkstoffe, ja, und welche Werkstoffkennwerte gibt es da auch und wann verwendet man welche Werkstoffe. Und bei der Fertigung und Betriebstechnik, da geht es natürlich um die Fertigung und Betriebstechnik innerhalb von einem Unternehmen, welche Beförderungsmöglichkeiten gibt es, was sind pneumatische und elektrische Steuerungseinheiten, welche Schaltungen gibt es, ja, solche Inhalte zum Beispiel. Und die handlungsspezifische Qualifikation, das ist dann praktisch eine Prüfung, die besteht aus verschiedenen Teilen, also aus Materialplanung und Absatzwirtschaft, da geht es halt ganz klar um Vertrieb auch, ja, und um die Planung, um den Einkauf ein bisschen und um die komplette Materialwirtschaft vom Einkauf über die Belieferungen im Unternehmen bis hin zum Kunde, ja, also die komplette Wertschöpfungskette durch. Dann gibt es dann mal einen Prüfungspunkt, ein Fach, das ist Führen und Zusammenarbeit, ja, weil man ist ja mit einem technischen Fachwirt auch qualifiziert, ein leitender Angestellter zu werden und das sind halt auch diese Aspekte sehr wichtig, dass man einfach versteht, wie man ein Team leiten kann und Teams führen kann. Dann haben wir aber auch die Produktionsplanung mit drin, also gerade Maschinenbelegung, optimales Produktionsprogramm, die kann man am wirtschaftlichsten und am besten für die Firma, die Maschinenbelegen zum Beispiel und natürlich die Qualitäts- und Umweltmanagement. Und dann gibt es zum Schluss noch ein Fachgespräch und bei dem Fachgespräch, da können Inhalte aus der handlungsspezifischen Qualifikation drankommen, das ist einfach eine kleine Präsentation, sage ich mal, und dann im Anschluss wird man noch ein paar Fragen gestellt und dann ist man wirklich schon technischer Fachwirt. Also Sie haben jetzt hier vielleicht einen groben Einblick bekommen, ja, das ist auch jetzt wirklich nur angeschnitten gewesen, aber dass Sie sich einfach mal ein bisschen was darunter vorstellen können, hoffe ich, Sie konnten hier einige Inhalte mitnehmen. Vielleicht haben Sie ja noch weitere Fragen und wollen sich ausführlicher informieren, dann können Sie gerne auf patrickkrawowski.de gehen und sich für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen und dann können wir einfach herausfinden, ob diese Weiterbildung für Sie die richtige ist und vor allem, wie wir Ihnen dann auch am besten und über welchen Zeitraum helfen können, erfolgreich weiterzubilden. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis dahin, Ihr Patrick. Ciao. 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 Vielen Dank.